Einen wunderschönen guten Morgen, der Jahreswechsel als Zäsur. Nachdem wir uns alle durch die verschiedenen Rewinds und Roundups und Jahresrückblicke unserer Apps und Dienste geklickt haben, ist es jetzt an der Zeit zu entscheiden, was man dort gerne im nächsten Jahr lesen möchte. Respektive, was ganz nett wäre, über das Jahr hinweg zu tracken.